Alles klar, weil du siehst ja noch aus wie eine super Truppe, finde ich. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich denen mein Leben anvertrauen würde, aber ja. Franz, bist du jetzt eine Frau geworden? Ich habe jetzt jedes Mal einen anderen Charakter. Aber ich meine, das letzte Mal hast du erst eine weibliche Stimme bekommen, jetzt siehst du aus wie eine Frau. Aber ich finde es schön, dass du das geschafft hast, die Umwandlung. Also, äh, offenbar haben die Hormone eingeschlagen, ist das schön für dich? Du bist eine wunderschöne Frau. Warte, gibt's Call Signs hier in dem Game? Was, Call Signs? Äh, na so ein Shit wie in Valorant, wo du halt äh, äh, gewisse Voicebefehle reinhauen kannst. Genau sowas. Ähm, Maustaste, mittlere Maustaste gedrückt halten. Oh fuck me, look at that! Oh fuck me, look at that! Hahaha! Was? Wenn du Danger sagst. Äh, was schaust denn, jetzt, jetzt hast du, jetzt hast du, jetzt hast du, jetzt hörst du die Besonderheit. Oh Gott! Hahaha! Achso, und deine Hormone und die haben doch nicht so ganz gewirkt. Hahaha! Hallo, willst du mich jetzt verurteilen? Nein, natürlich nicht. Ist schon sexy so eine tiefe Stimme, muss ich sagen. Hahaha! 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 Danger! Hahaha! Alles so am, am flistern! Hahaha! Also, Danger find ich am besten noch. Oh shit! Oh fuck me, look at that! Oh fuck me, look at that! Oh fuck me, look at that! Also, ich würd sagen, wir machen jetzt wieder Police Station und machen die zwei kürzere Missionen davon. Ach nee, Poliist mich! Machen die. Weil wir müssen noch die ganzen kurzen Missionen jetzt machen. Bei eins und bei zwei. Aber die kurzen Missionen sind ja wirklich nur eine Mission, dann sind wir fertig. Also, ist natürlich. Äh, und wir müssen nur eine Autopsie abbrechen. Was? Ah, okay. Wir müssen die Autopsie abbrechen, indem wir die Körper in den Meat Grinder werfen. Oh Gott, ja das kenn ich. In einen Slurry verwandeln. Das klingt doch super. So habe ich meine Slurries am liebsten. Achtung, zu viele Benachrichtigungen! Scheiße! Hahaha! Hahaha! Okay, dann starte ich mal. Oh fuck me, look at that! Ja. Schade, es gibt manche Games, da wird man dafür gekickt, wenn man das zu oft macht. Let's go! Und welcher Film soll heute kommen, Justin? Weiß ich nicht. Hehehe. Überleg, ich nix mehr rein, Edithchen. Äh, doch, die Teletubbies. Ja, okay, dann über... Oh, doch! Dann, ähm... Was kommt? Lass ich mir was einfallen. Okay. Ich will die Teletubbies zählen. Nix gibt's. Wir haben genauso einen schönen Fernseher. Oh. I love you. And I will ask you to do anything that won't make you stronger. Das klingt irgendwie sehr toxic, aber gut. Gut. Hat er auch gesagt I love you? Ja. Let's go. Oh, jetzt kommt der Typ, der sich gleich bitte die Nudeln tasert. Oh nein. Ach ne Mensch. Ja gut, hier muss ich auch wenig Snicks zensieren. Hoffentlich. Na ja, aber... Vielleicht bei Justin gibt's wieder Ass-Banking. Oh! Snitch! Moin! Ja, da... Da ist nix. Alles gut. Ja, das ist normal. Das mag ich auch immer. Das ist gut. Das fördert die Erregung. Naja. Oh ja. Geht's gar nicht gut. Wenn die blaue Hülle nicht mehr hilft. Also ich werd mir mal den Taser ausleiten. Zu Testzwecken. Hallo? Ich werd mal ausprobieren. Hallo? Oh, ein Poster. Hallo? 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 Hey? Nein, du bist mit. Oh, Adrenalin. Ja, und Batterie ist auch hier direkt ausgestattet am Anfang hier. Also eines der OP-sten Dinge ist wahrscheinlich auch von dieser Stage 2, dass du vier Items mitnehmen kannst. Das ist richtig stark. Das ist ein Poster. Also warf ich hier rein? Weiß ich nicht. Scheiße. Wir haben noch keine Mission, dass wir die Mission finden. Also ich glaub ich seh die Mission aber ja vor mir. Der knurrt irgendwie ziemlich, wenn er diese Tür öffnen möchte. Oh ja. Let's go. Ah, wir müssen wieder Schlüssel finden. Mhm. Krone, Auge. Und Flamme. Flamme. Let's go. Oh nein, das ist ne... Oh nein. Och nö, wer bist du denn? Okay. Da kommt jemand. Ich hab jemand mitgebracht. Oh. Oh boy. Oh. Ach der. Sehen wir einfach Leute an mir vorbeilaufen. Den Hasen brauchen wir nicht, oder? Nein. Drück einfach Tapp dann dieses Jahr. Was wir brauchen. Spontaniert. Ah Gott. Du hast nen Gegner hinten durch die Wand gepackt. Hilfe. Was? Ich schon wieder? Bei mir ist der Fake-Zeptic schon wieder. Ja, DTS-Azeptic ist da. Ah, da ist der Schlong-Dong. Ah, mein Bruder. So, ich hab... Ich hab mal hier die Tür aufgemacht. Ähm. Wie Gegner wollen hier denn noch kommen? Ja. 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 Das ist wild. Ah, fu... Alter, hier ist... Wie viel ist denn hier los? Äh, äh, äh. Sehen die gesund für dich aus? Ja, oder? Können die mal chillen? Oh, oh, fuck. Oh ne, ich glaub der ist nicht gesund. Äh, ich glaub ich bin in irgendeiner Falle drin. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Aua. Hallo?! Er hat mir in die Fresse gehauen. Das war ja hektisch. Ja, weil hier grad einfach alle auf einmal gespawnt sind. Ich glaub, wenn man zuviel ist, spawnen ein paar mehr Gegner. Also da, ja. Da ist jemand der haut dir in die Fresse. Herz. Herz brauchen wir auch nicht. Du bist nutzlos. Da ist er, alter da. Gott. Ich würde dich zu oft von hier... Der rennt auch auf euch zu, übrigens. Was macht der denn hier? Also der eine macht da einen Solo-Tanz. Wir sollten übrigens mehr dran denken, mal zu pingen und so. Das hilft nämlich echt. Hier ist eine Tür. Das ist sehr hilfreich. Ah, cool. Die Tür. Hätte ich fast übersehen, wir haben fast gegengelaufen. Ja, ein Stein. Feuer brauchen wir tatsächlich. Rein ins Feuer. Feuer, Feuer. Ja, ja. Oh, hier ist... Gegen, bitte. Ja, mal mit. Bei der Tür, wo ich bin, ist bloß leider Gottes eine Falle dahinter. Okay. Du musst andersrum rangehen. Hallo. Au, das ist so ein Verrückter. Noch mal Gegengift. I'm on it. Was schreit denn so hinter mir? By the way, wenn ihr die Batterien nicht rausnehmt, dann schalten die die nach einer Zeit wieder an. Und wir brauchen keinen Stern, Franz. Oh Gott. Probiert halt einfach mal durch. Sein, dass der Stern durchfällt. Oh nein, hier hat jemand geschrien. Ah, ich kann mich nicht bewegen. Ah, ich kann mich nicht bewegen. Oh. Moin. Moin. Kick. Lauf. Hallo. Atmender Typ. Oh, mein Mond. Gut, dass der Atmet ist. Mond? Nee, wir brauchen Auge und Krone. Was ist denn mit Auge und Krone brauchen wir noch. Ey, mach die Tür doch nicht auf. Oh, hier ist Herr Matt. Matt? Hier ist Matt. Lecker. So ein Kilo Matt geht bei uns zum Frühstück im Durchschnitt weg. Hat er mich gesehen. Hm. Kommt der? Nö. Ich hab ihm einen Stein in die Fresse geschmissen. Oh Gott, er kommt. Ich hab ihm eventuell einen Stein in die Fresse geschmissen. So ein bisschen blütig im Gesicht. Wie kommt denn das schon wieder? Naja. Wie hat das denn das schon wieder geschafft? Hä? Oh, jetzt hab ich das geflogen. Oh shit. Oh no no no. Wer ist denn das hier? Du hast den DPD-King rausgesucht. Ich lube dich, bis du stirbst, Junge. Ich glaub, irgendwann mal hast du keine Ausdauer mehr, aber das lube ich nicht. Ich lube den. Wieso haben wir alle... Luke da Luke? Ey Justin, komm mal zurück. Ja, klar, gerne. Und my way. Ich hab den leicht stunlocked. So. Alle wahnsinnig. Äh, nicht da... Oh fuck, der hat mich auch nicht. Egal. Oh. Ähm, freig, ist doch nicht so egal, du. Na komm. Komm, big boy. Das soll ich n' Doktor? Bitte geh in eine andere Richtung. Ich hab's Gefühl, es ist einfach jeder hier ist außer die Mutti. Geh irgendwo hin. Ach, die kommt bestimmt dann auch noch. Aber das ist schon ein bisschen damage, Franz, pass auf, dass du dich... Hier, hier ist ne Batterie, fährt du raus. An dem, kam dran. Aber ich würd mal aufpassen, weil... Siehst, was ich mach, oder? Ja, ja, ist schon geil. Das Ding ist, du hast irgendwann keine Ausdauer mehr. Hast du eigentlich für den Rick, äh, Stun, ne? Wahrscheinlich. Hä? Du hast wahrscheinlich Stun-Rick, ne? Oh, du bist down. Äh, ich hab das hier. Ja, ich hab beide. Der ist vor dem Rick zum... Ich würd nicht für das Glas glauben. Äh, wenn du durchsneakst, dann macht das keine Geräusche. Also, das macht schon laut, aber ich glaub, das zählt nicht. Das zählt nicht, wenn du durchsneakst. Okay. Oh Gott, du hast das getriggert. Man kann's triggern, wenn man einfach kriecht. Na geil. Hm. Ich weiß, das Sleaken zählt nicht, aber... Ah ja, gut, die, die in der Luft hängen, kann man wahrscheinlich immer trickern. Nee. Hallo. Oh, ne, Mann. Äh. Halt, 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 halt noch ein bisschen aus. Bin gleich stark. Äh, ich glaub, das liegt nicht in meiner Hand. Doch, doch. Weiß die Szene sozusagen. Aber für den Fall, dass ich sterbe, ich hab ne Wiederbelebungsspritze direkt bei mir. Also, ich hab's in meinem Inventor. Kann der jetzt irgendwo hingehen? Kann der weggehen? Wait. Nee, warte mal. Uh-oh. Gefällt mir nicht, dass du da liegst. Wer in meinem Date. Hallo? Nein! Oh! Okay, jetzt gibt's auf die Fresse. Direkt bei mir liegt ne Wiederbelebungsspritze. Ja. Ich hab's... Okay, der Deckemann ist weg. Ach, Mann, oh, ich wollte ihn abwerben. Warte mal. Steh auf, Junge! Du schaust das! Ja. Ja. Weil wie du guckst, aber auch. Das ist nicht so gut. Moin. Moin. Oh, hoi. Was geht bei dir? Das, 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 die, das einzige Problem bei der Taktik ist, sobald du mal weg musst von dem Table bist du gefickt, weil du keine Ausfahrung hast. Ich glaube, das Fragezeichen da drüben war einfach nur ein Stern, Marvin. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Ich gehe da jetzt hin. Okay. Nee. Äh! Achso, das... Hallo. Hallo. Das brauchen wir nicht. Eine Mine. Sehr doof. Äh, Achtung, an der Mine seitlich vorbeigehen. Ich würde schon gerne lieber eine Flasche nehmen, dann kann ich mich wehren. Wenn mich jemand grabt... Äh, da eine Mine. Eine Mine? Eine Mine. Vitamine. Vitamine und Nasch. So, jetzt kann ich hier einen Herr der Ringe-Clip einfügen. Auge! Was? Alke, ja. Ein Auge. Auge brauchen wir ja, ne? Oh ja. Eben da drin geht's gut. Oh ja. Oh ja. Ja, der macht doch Mittagsschlaf. Eins, Krone. Hallo. Oh Gott, da kam einer aus dem Mülleimer raus. Hey! Geil. Sag mal, geh mal weg, du Hund. Sag mal, lass mein Namensvetter in Ruhe. Jetzt spielte er an sich rum und lacht. Glaub ich. Wie immer. Dafür hab ich den meisten Spaß. Du bist, du bist... Ah, da hast du Buster. Du bist dabei. Dr. Sniff, Sniff. Hier ist ne Falle. Willst du durch die Tür gehen? Da ist ne Falle. Irgendwas kam gerade durch irgendeine Tür durch. Man kann das dodgen, wenn man sneakt? Ja. Okay, gut zu wissen. Was kannst du dodgen? Man kann's, wenn da ne Tür ne Falle hat, kannst du... Ah. Du wirst nicht getroffen von dem Kreuz, weil wenn du sneakst, ist einfach vorbeigeflogen, das Ding. Nicht schlecht. Ich hab das letzte Poster, das Problem ist... Wir haben schon, ich hab schon 5. Ja, und wenn wir ein 6 nennen? Ja, doch, es gibt einfach noch mehr Bonuspunkte. Wie gesagt, ich hatte in der einen Runde mal 8. Aber wir hatten schon alle nötigen zumindest. Oh. Also so wie du hier reindriffst. Das sei gut gemacht. Wau mal, hier auf, schnell. Wir haben noch einen Stun Rake, das ist alles gut. Ich hab auch noch einen. Ist das doch ich hier? Ich weiß es nicht, ich kann es auch hinten. Selbst wenn nicht. Ist es so, nein. Nein. Da hinten ist noch eins. Brüchte, Batterie. Geil. Ist das? Ja, ich glaub, hier ist noch... Ich bin nicht gut in dem Spiel. Ah ja, daran liegt's. Alter, läuft jemand draußen. Haha, der kann nicht zu uns. Ah, nö? Ja. Weil줘 dann hier reinkommen. Außer er läuft ganz außen rum. Da findet schon nen Weg. Wört grad schon da. Oh, oh. Ich bin hier dran. Oder die spawnen einfach hinter uns. So könntest du's natürlich auch machen. In den Schrank. Oh, das ist psychoso, man nur. Nee, tut dir das. Nur. Ja, du möchtest. Ach übrigens, ich weiß nicht, inwieweit ihr das schon mitbekommen habt, aber bei Peaken macht euch genauso visible. Echt? Wieso? Ja, die sehen euch, wenn ihr peakt. Sehr sinnlos. Ah, Sektor C? Krone? Hier steht ein Schild mit Sektor C, also muss das hier irgendwo sein, wo wir gerade waren. Ich habe noch ein Poster gefunden. Nice. Nimm einfach mit. Ich wurde von irgendetwas irgendwo gesehen. Oh mein Gott, der macht die Tür. Ich würde da nicht lang gehen. Aber hier ist Sektor C, hier sollte die Krone sein. Und ich habe keine Batterie mehr. Geh nochmal, du es mal zu. Danke, danke. Geh durch, mein Junge. Eine litte Batterie. Aber guck hier, siehst du? Hier steht Sektor B, Auge. Da habe ich auch Auge gefunden. Darin hat auch richtig Spaß. Nein, ich kann nicht direkt nutzen. Ja, aber ich werde nicht gelegt. Na, guck hier, komm zurück. Dann steht hier oben Sektor C und daneben ist Krone. Also muss das irgendwo sein, in dem Bereich. Aber wir brauchen doch nur noch den R... Ach nee. Wir brauchen noch die Krone. Wir brauchen noch die Krone. Aber warum haben wir die nicht mehr angezeigt? Bei Tap wird die mir nicht mehr angezeigt. Achtung, da im Schrank ist jemand. Ach nee, habt ihr schon eine Krone gefunden? Ja, deswegen wundere ich mich gerade. Habt ihr die anderen beiden? Wer von euch hatte die Krone? Ja, ich habe ihn weggekickt. Äh, Marvin hat die Krone. Ja, siehst du? Hä? Äh, hast du das gesagt? Äh, hier, weißt du Butterbeerbau? Nein, das hat er nicht gesagt. Aber das, äh, äh, hast du nicht das Player Hub an? Weil ich hab, ich hab links unten, äh, Party Namen. Ach so, ne, das hab ich nicht an. Ja. Weil deswegen weiß ich, dass du den Augeschlüssel hast. Und Marvin hat den Krone Schlüssel. Ja, ich mach Auges. Dann ist noch welcher. Ich will nur wissen, wie ich zurückkomme. Ah, same, aber ich werde gerade verfolgt. Noch ein Poster. Also. Oh, oh. Na gut. Wo geht's denn zurück? Hier nicht. Ah ja, hier. Ich bin ja nur dieser Afro aus diesem Mülleber. Das ist schon gelaufen. Oh, ey. Da kommt jemand, Justin. Das ist. Ja. Kannst du drüberspringen? Ja, ja. Das war nicht der Justin, den wir kennen. Da wurde gerade der Gehackspinselt. Uiuiui. Ich hätte kurzzeitig entscheiden. Oh, oh. Hier war noch eine Batterie, ne? Äh, nein, aber... Ich hab grad nicht. Oh mein Gott. Komm, bitte nicht. Sag mal. Sag mal. So, und? Hier sind Flaschen verzogen. Gott, oh Gott, dann kann der mal aufhören, mich zu verfolgen. Backstein. Äh, wollen wir das hier einkicken? Oh, nein, 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 nein. Ähm, vielleicht doch nicht. Ähm, Leute. Ich hab... Näh. Ich hab null HP, aber ich leb noch. Sagen, einfach mal rein da. Perfekt. Hallo? Hi. 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 Brauchst du Hilfe? Wir gucken uns das erst mal an. Hihi. 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 Ja. Ja, Franz. Hallo? Nicht die beste Idee. Warum? Ich geh hier rein. Okay. So. Einer verfolgt dich übrigens. Ja, ich weiß schon. Ich wart jetzt hier. Haha. Ich mach was mit. Ich mach ja gar nichts mehr. Oh, du bist schon da. Mist. Ist da was für dich? Woh? 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 Oh, wow, wow, oh, krass. Das war ne Falle. Alter, das sind hier viele Gegner. Schalte mal, mein Junge. Alles gut. Boah, ja. Drogen. Können hier bitte noch mehr Gegner sein? Ey, komm, Klappe! Achtung! Ja, Achtung! Hier sind überall Gegner, was willst du mit Achtung? Was ist los? Rein da. Ok, Leute, ihr schafft das. Nein, nein! Lass mich nicht zurück! Lass mich nicht zurück! Nein, nein. Wir können wieder zurück. Franz! Kommst du raus? Scheiß, was ist denn hier los? Ich werde hingerichtet bei euch. Oh, scheiße! Weg mit dir! Los, rein! Lass mich reinkreppen! Jawohl, er ist drin! Ich bin raus. Bist du wirklich? Ah, nice. Ich habe ja die Ability, dass man kicken kann, wenn du hingerichtet wirst. Wenn man nach fünf Gegner... Ja, das klingt tief! Überall A plus und ein D. Ah, das war gut. Ah, super! Alter, zu viert ist da ja... Pure Hölle los! What the fuck! Ja, ich habe wieder drei neue Hosen bekommen! Wuhu! Ja, ich habe zwei Hosen bekommen! Wuhu! Ich habe ein Oberteil bekommen, das sieht aber hässlich aus! Oh, das war wunderschön! Und dann einfach dieser Scheiß Gangbang direkt vorm Ex! Ja! Ja! Zweiberei, jeder da! Wirklich klar! Jeder da, außer die Mutti! Ja, die Mutti, die hier musste kochen! Oder... Keine Ahnung! Ich weiß nicht, war... Kann die Mutti in dem... Irr... In dem... In Pulitzer Review überhaupt kommen? Offenbar nicht! Ich dachte nämlich nicht bei ihm... Aber bei den anderen beiden dann wahrscheinlich... Hm... Bruder... Ich habe mir den Tempo-Boost vorne bei der Pharmacy gekauft! Achso, hattest du schon Tickets dafür? Ja, ich habe zwei bekommen! Deswegen... Okay... Ja, hast dein Rick... Dann hast du halt den Rick noch gar nicht abgecreated, kann das sein? Ja! Aber... Ich finde die Rezepte viel sinnvoller! Ja, schon! Für den Anfang zumindest! Aber das Rick ist auch mega hilfreich! Obwohl ich das jetzt gerade kein einziges Mal benutzt habe! Ich habe es nur einmal benutzt, aber auch nur, weil ich es benutzen wollte! Siehst du? Deswegen... Einfach Rezepte upgraden! Dann nehme ich... Dann kaufe ich mir mal die Lebensregeneration! Das hilft mir, denke ich, ganz gut! Äh... Das ist die... Anders auch die Fallenresistenz genannt! Ich fand das D-Plus hat uns gecarried! Ja! Ja! Was werfen wir ohne das D-Plus? Nichts! Eben! Luft! Ich bin wichtig! Alles klar Leute! Das war es wieder mit dieser Folge von The Outlast Trials! Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da! Und bis zum nächsten Mal! Tschüss!